Hallo bei Nördfallmedizin. Mich kennt ihr ja wahrscheinlich schon, ich bin der Philipp, aber den Herrn neben mir, den kennt ihr noch nicht, denn das ist Tobi Becker. Tobi Becker ist der Macher von PINCAST und was PINCAST ist, haben vielleicht schon die Facebook-Leser gelesen, aber Tobi, worum handelt es sich denn da eigentlich? Hallo liebe Nördfallmediziner, danke für die Einladung, freut mich sehr hier zu sein. Ja, PINCAST, das ist ein monatlicher Audio-Podcast, die Adresse wirst du wahrscheinlich jetzt einblenden. Kommt rein. Ein monatlicher Audio-Podcast, wo es um klinische Notfallmedizin geht. Alle Themen vom Trauma, internistisch, neurologisch, wird am monatlichen 1,5 Stunden besprochen, auf einer netten Plattform und durchsuchbar mit einer schriftlichen Zusammenfassung und mit Weiterbildungspunkten, die direkt aufs Konto gehen können bei der Ärztekammer. Also für alle klinischen Notfallmedizin- Interessierten ist das, denke ich, interessant und das läuft auch schon zwei Jahre auf einer anderen Plattform. Könnt ihr als Referenz gerne anschauen. Perfekt. Ich kann nur sagen, Martin und ich sind ganz, ganz große Fans und das, was der Tobi da macht, ist extrem cool. Aber der Tobi ist nicht nur ein begeisterter Podcaster, sondern der ist auch noch ein extrem guter und breit aufgestellter Notfallmediziner. Danke sehr. Und zufällig hat er auch ein paar neue Updates zum Thema Präoxygenierung. Aber Präoxygenierung, Tobi, für die Leute, die davon noch nie gehört haben, was ist denn das eigentlich? Bis vor zwei Monaten dachte ich auch Präoxygenierung, das ist ja was ganz Einfaches. Aber wenn man im Detail schaut, da gibt es doch so ein paar Tricks und Kniffe. Und was ist Präoxygenierung? Präoxygenierung ist die Lungen mit Sauerstoff vollmachen, um möglichst lange Reserve während der Intubationszeit zu haben. Okay, das klingt für mich eigentlich total plausibel und sinnvoll, aber wie mache ich das jetzt? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine, die häufig verwendet wird, denke ich, ist der Ambu-Beutel. Der liegt ja meistens irgendwo rum in der Notaufnahme und auch präklinisch, denke ich. Andere Varianten sind vielleicht eine normale Sauerstoffmaske mit Reservoirbeutel. Da haben viele vielleicht noch nicht drüber nachgedacht, aber das ist, denke ich, auch eine Option. Eine andere Variante ist die nicht-invasive Ventilation, NIF, wenn man die zur Hand hat. Das ist, denke ich, eine sehr gute Variante, meine Fünf-Sterne-Variante, glaube ich. Und dann gibt es noch das Kreisteil. Das sind die Dinger, die an den Narkosegeräten im OP sind, die die Anästhesisten wahrscheinlich sehr mögen werden, weil sie die gut kennen. Und manchmal gibt es die auch in abgespeckten Varianten in Notaufnahmen. Das sind so die Varianten. Okay, Kreisteil, coole Sache. Ja, aber jetzt hast du mir eine Varianten-Auswahl an die Hand gegeben. Was nehme ich nun, wenn ich da als Nerd-Fall-Mediziner den Patienten versorge? Da spielen ja viele Faktoren mit rein. Einmal, was du hast und präklinisch, sagen wir mal, hast du ja zum Beispiel kein Kreisteil. Ich meine, wir haben zwar CTs manchmal in den Notarztwagen, aber Kreisteil habe ich noch nicht gehört. Aber jetzt hast du gesagt, O2-Maske mit Reservoir. Was ist der Vorteil? Was ist denn der Nachteil? O2-Maske mit Reservoir, die haben wir meistens auch präklinisch. Es muss eine mit Reservoir sein, damit man in halbwegs angemessene FiO2s kommen. Das sollten mindestens 90 Prozent oder mehr sein, damit man präoxigenieren kann in einem angemessenen Zeitraum. 90 Prozent oder mehr. Und um dahin zu kommen, reicht eigentlich auch eine normal sitzende Maske mit Reservoir, die auf 15 Liter pro Minute aufgedreht ist, auch nicht unbedingt. Und Kniffe, die da empfohlen werden, sind die 15 Liter einfach zu erhöhen und zu überdrehen. Wenn man so einen Sauerstoffausgang an der Wand in der Klinik hat, kann man das ja häufig höher drehen. Der kleine Ball, der da aufsteigt, der zeigt dann nicht mehr den Fluss an, aber da kommt man bis auf 25, 30 Liter pro Minute manchmal. Für einen kurzen Zeitraum, ziemlich trockener Sauerstoff, ist das okay zum Präoxygenieren. Die andere Variante, wenn man nicht auf über 15 Liter drehen kann, ist, man nimmt eine Sauerstoffbrille, setzt den Patienten auf, dreht die auf 15 Liter auf und tut da drauf die Non-Re-Breather-Maske. Also 15 Liter über die Nasenkanüle, 15 Liter über die Non-Re-Breather-Maske, da kommt man vielleicht so Richtung 90 Prozent. Und es ist, denke ich, eine valide Option zum Präoxygenieren, natürlich nur beim spontanatmenden Patienten. Okay, das macht Sinn. Was aber sehr sexy ist an der Variante, ist präklinisch, wenn nicht so viele Hände verfügbar sind. Man kann die zwei Minuten nutzen, indem der Patient präoxygeniert, andere Sachen zurechtzumachen oder den Patienten zu untersuchen und sich um was anderes zu kümmern. Cooler Trick. Okay, und du hast gesagt, den Beatmungsbeutel. Auch den Beatmungsbeutel habe ich zufällig schon mal gesehen. Ich glaube, der ist auch eigentlich auf jedem Rettungsmittel verfügbar, wenn es nach DIN-O-Maus gestandet ist zumindest. Wie mache ich es damit? Beim Ambu-Beutel sollte es auch einer sein, wo nicht der Sauerstoffschlauch, die 15 Liter pro Minute hinten direkt dran geht, sondern wo ein Reservoirbeutel dran ist. Und wenn der Patient nicht spontan atmend ist und man den beatmet mit dem Ambu-Beutel, kommt da auch ein sehr hohes FeO2 vorne raus. Keine Frage, gute Option. Die Frage ist aber, und das wusste ich bis vor zwei deinem Hund noch nicht, wenn das ein spontan atmender Patient ist. Du setzt ihm die Maske dicht auf. Dichter Maskengesitz ist hier wichtig. Deswegen sind deine Hände wahrscheinlich während der Präoxidierungszeit auch gebunden. Welches FeO2 zieht der Patient an in dem Moment, wenn er spontan einatmet? Sag du es mir. Ja, also das ist gar nicht so einfach zu unterscheiden. Dann hängt von diesem Ein- und Ausatemport des Ambu-Beutels ab. Man kann es durch draufschauen nicht wirklich unterscheiden. Ich habe es bei uns in der Klinik versucht, durch draufschauen zu unterscheiden. Es ging nicht. Ich habe es dann in einem Selbstversuch ausprobiert. Maske drauf, Ambu-Beutel, dazwischen ein FeO2-Sensor. Und ich war überrascht. Das FeO2 ist 30-40% nur gewesen. Oh, das ist nicht viel. Und das hängt damit zusammen, dass an dem Ausatemport kein Ventil bei unseren Ambu-Beuteln dran ist. Und ich möchte jeden ermutigen, dich auch beim nächsten Notarztdienst mal zu schauen, was das für einer ist. Und schauen reicht vielleicht nicht, das auszuprobieren, was für ein FeO2 rauskommt. Einige werden, denke ich, überrascht sein. Ich glaube, das ist ein echt wichtiger Hinweis. Denn ich hätte jetzt mal so spontan getippt, wahrscheinlich ist der FeO2 eher bei 100%. Cooles technisches Informationsteil. Und jetzt zu NIV. NIV. Ich hatte ja gesagt, das ist die Fünf-Sterne-Variante. Sind wir Fans von? Haben wir ja sogar einen Beitrag dazu gemacht. Ja. Dichter Masken-Sitz ist wichtig. Die Hände sind gebunden, außer du nimmst die Strapse um den Kopf. Aber für die zwei, drei Minuten Prähexionierung lohnt sich das vielleicht nicht. Ein Nachteil ist, du musst die Maschine haben, musst sie einstellen, anschalten. Und, aber was der große Vorteil ist, ist ein hoher FeO2, die die NIV bereitstellen kann. Piep ist super. Besonders bei Patienten, die ARDS-Farm-Pneumonie haben, die nicht alle Artelektasen nutzen, um ein bisschen durch Recruitment noch ein paar Artelektasen mehr anzuregen, mit einem Sauerstoffaustausch teilzunehmen und so die funktionelle Residualkapazität mit zu erhöhen und die in der Abnüllphase möglichst viel Sauerstoffreserve zu haben. Also besonders bei respiratorisch eingeschränkten Patienten ist die NIV, denke ich, die beste Variante, wenn man sie hat. Mit dem Nachteil, dass man sehr dicht halten muss und das Equipment dazu haben muss. Okay. Von meiner Seite aus, ich meine, es gibt ja auch dieses DSI-Schema, dass man Delayed Sequence & Action macht, wo man niffen, das hat ja Scott Weingart mal propagiert auch, dass man das macht. Was mir direkt einfällt, was daran natürlich cool ist, ist, ich muss die Maske, die ich vielleicht für die Maskebeutel-Beatmung als Backup beim Intubieren dann eh brauche, muss ich mir bereitlegen. Das heißt, ich vergesse sie auch nicht. Und das Beatmungsgerät, der Medumar Transport im Rettungsdienst oder Oxilog, wie sie alle heißen, Hamilton, die können das ja alles niffen und beatmen gleichermaßen. Das habe ich dann schon mal parat und es ist schon mal angeschaltet. Dann nicht vergessen, von Niffen auf eine invasive Beatmungsform umzustellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sonst verpasst man das. Tobi, vielen, vielen Dank. Extrem cool. Für alle übrigens, die sich wundern, wo sitzen wir denn hier eigentlich? Das ist ja vollkommen komisch. Mussten wir umziehen. Das ist nicht so. Wir wohnen immer noch da, wo wir immer wohnen, aber wir sind aktuell bei der AGNF in Fürth, eine Rettungsdienstschule, wo es ganz viel notfallmedizinische Ausbildung gibt. Und hier läuft gerade der Notarztkurs von MediLearn und der StartID-Kurs von notfallmedizinkurs.de. Und das ist so unsere Familie. Um die Weihnachtszeit trifft man die Familie und deswegen auch hier der Interviewplatz. Ich werde euch noch mal in die Shownotes auf jeden Fall auch Pincast rein verlinken, damit ihr das alles seht. Auch natürlich alle Links, die der Tobi mir gegeben hat, wo ihr noch ein bisschen euch vertiefen könnt zu Präoxygenierung, zu DSI, des Videos von Scott Weingart, was es da gibt. Von meiner Seite aus, Tobi, vielen, vielen Dank. Extrem interessantes und wichtiges Thema, glaube ich. Hat Spaß gemacht. Danke. Mir auch. Und bleibt dran, unbedingt teilen und liken und Pincast anhören. Ciao, macht's gut. Tschüss.